Nächste Frage von Tobias. Herr Müller, was ich Sie schon immer einmal fragen wollte, meine Frau und ich stehen vor der Kaufentscheidung eines Eigenheims. Ist es zu erwarten, dass die Zinsen bald wieder steigen und wir demnach bald kaufen sollten oder ist womöglich mit einer Währungsreform zu rechnen? Kann niemand wirklich beantworten. Also ich gehe davon aus, dass wir die Zinsen in Europa noch eine ganze Weile so niedrig behalten werden. Wir können uns Realzinssteigerung überhaupt nicht leisten. Wir haben nur einen Zinssatz für ganz Europa. Den italienischen Banken und nicht nur denen steht das Wasser bis zum Hals. Würde man die Zinsen erhöhen, würden die Kreditnehmer in Italien sofort unter Wasser geraten und die italienischen Banken in größte Schwierigkeiten kommen. Das heißt, ich kann momentan nicht abschätzen, dass in Europa die Zinsen erhöht werden. Es sei denn, wir bekommen eine höhere Inflation. Aber da reden wir über Realzins. Juck an der Nase. Wir reden über Realzins. Das heißt, mit steigender Inflation und steigenden Zinsen ist das ein Nullsummenspiel. Aber Realzinserhöhungen für Europa sehe ich momentan nicht. Was das Währungsthema angeht, ja, wir sind in verdammt gefährlichen Situationen momentan, was die Weltwirtschaft angeht, was die Weltfinanzmärkte angeht und wir haben keine Ahnung, wo da die Reise hingeht. Es kann noch 10 Jahre gut gehen, es kann 20 Jahre gut gehen. Wir retten uns hier von einem Thema zum nächsten und stabilisieren das und wir sind alle tot, bevor hier irgendwo eine große Krise ausbaut. Kann passieren. Es kann aber auch schon begonnen haben, dass wir vor einem riesen Crash stehen mit Folgen für die Währung, mit Folgen für die Anleihemärkte und mit ganz großen Turbulenzen. Das weiß man nicht. Die Spannungen sind da. Mein liebstes Beispiel ist, dass es etwa wie bei einem Seismologen bei Erdbeben, man kann tektonische Plattensysteme erklären. Ein Seismologe kann genau beschreiben, wie unter San Francisco die Plattensysteme verlaufen, wie die Spannungen sich aufbauen, wie das System funktioniert. Und er kann die Spannungen auch messen und kann sagen, wow, das ist verdammt gefährlich momentan. Wir haben Riesenspannungen zwischen diesen Platten, die haben sich schon so lange die Spannungen aufgebaut. Das kann jeden Moment reißen und the big one geben. Aber er kann ihnen nicht sagen, in 14 Tagen um 12 Uhr passiert das. Er kann sagen, das kann jetzt passieren, es kann in 100 Jahren kommen. Aber ich weiß es nicht. Und an den Finanzmärkten genau das gleiche Thema. Hochkomplex. Die Zusammenhänge, die Plattensysteme kann ich beschreiben. Das tue ich im Buch, das tue ich auf vielen Bereichen. Wie hängt das zusammen? Wir können die Spannungen messen. Da haben wir klare Zahlenwerke für. Und wir wissen, wir haben verdammt viel Spannung im System und eine riesig gefährliche Situation. Aber ich kann euch nicht sagen, passiert das jetzt im nächsten Jahr? Ja, oder haben wir noch 10 oder 20 Jahre Luft? Keine Ahnung. Ich rechne jeden Moment damit, bin aber optimistisch genug zu sagen, muss nicht, kann noch Luft sein. Wenn dann einer sagt, ach Mühler, der macht sich schön einfach, der erwartet von mir, dass ich lüge, dass ich sage, ich weiß, was kommt. Ich weiß, am nächsten September, 14. 14. crash die Börse. Das wäre Scharlatanerie. Kann ich nicht machen. Ich bin da wie ein Seismologe. Ich kann wissenschaftlich erklären, wie es zusammenhängt. Ich kann es beschreiben, Spannungen und alles und die Risiken benennen. Aber ich kann nicht sagen, wann es passiert. Also, dann höre ich mir lieber an, dass ich mich nicht festlege, dass ich es mir leicht mache, als dass ich etwas Falsches erzähle. Also sage ich, Freunde, so sieht es aus. Das ist die Lage. Wer es hören will, hört es sich an. Wer nicht, sucht sich einen Scharlatan, der ihm sagt, wann es crasht. Oder der ihm sagt, dass es nie crasht. Kein Seismologe wird sagen, nur aus der Tatsache heraus, dass ich einen Zeitpunkt nicht definieren kann, wird es nie zum großen Beben kommen. Das wäre ebenfalls Scharlatanerie. Ist jetzt natürlich schwierig für den Tobias. Das ist für den Tobias schwierig. Dazu muss man sagen, gerade wenn es ums Eigenheim geht, man sollte ein selbstgenutztes Eigenheim auch nie als Geldanlage sehen, sondern wirklich als Luxus, den man sich gönnt. In aller Regel ist es eine Fehlkalkulation. Man rechnet sich reich, man rechnet sich schön damit, oh, da lege ich mein Geld an mit dem Haus, das ist meine Altersvorsorge und so weiter. Wenn man sauber rechnet, ist es Unfug in aller, aller Regel, weil die selbstgenutzte Immobilie, gerade noch dazu, wenn es irgendwo auf dem Land oder sowas draußen ist, ist eine der schlechtesten Investitionen, die man eigentlich nur machen kann, wenn man sauber rechnet. Was an Nebengebühren dazu kommt, was im Lauf des Jahres kommt, an Reparaturkosten, an Erhaltungsaufwand und, und, und. An Unsicherheit, die mit einem hergeht, wenn ich meinen Job verliere, die Frau fängt Saufen an oder was weiß ich, was alles passieren kann im Leben. Wenn man alles reinrechnet, es ist ein Luxus. Ich wohne selbst im Eigenheim, aber mir ist immer klar darüber, es ist ein Luxus, den ich mir gönne. Es ist schön im eigenen Haus zu wohnen, selbst zu entscheiden, wann ich den Garten umgrabe und wann ich eine Wand rausreiße. Aber es ist mir ein Luxus, den ich nie als Geldanlage sehe, wenn es am Ende gut geht. Wenn alles toll läuft und tatsächlich ich am Ende in diesem Haus lebe und es gehört mir. Hier, ich kann keinen Schornstein verkaufen, um in Urlaub zu fahren oder ein Fenster ausbauen, weil das Auto repariert werden muss. Was habe ich jetzt von dem Haus mit seinem Wert? Und wenn ich es verkaufen will, ist die Frage, ob es gerade einer haben will. Das ist ein Stand von vor 30 Jahren, altmodisch, wer weiß. Also kurzum, er soll, wenn er das macht, soll er nicht darüber nachdenken, ist es jetzt gerade gute Geldanlage oder sonst was, sondern dann wirklich sagen, ist es ein Luxus, den ich mir gönne oder bin ich vielleicht flexibler. Jetzt geht es mir gut, ich habe gute Einkünfte, ich miete mir ein tolles Haus, genieße es mit meiner Familie und wenn es mal schwieriger wird an Finanzmärkten, bei meinem Job, ich verliere meinen Job oder sonst was, dann packen wir unser Bündel zusammen, ziehen in eine kleine Wohnung, bis es uns wieder besser geht und sind flexibel und locker. Und ich kenne etliche, die über gutes Vermögen verfügen, die zur Miete wohnen und die Häuser, die sie haben, vermietet haben. Also wirklich als Luxus sehen und so auch darüber nachdenken und das unabhängig von Finanzmärkten machen. Nur wenn immer die Liquidität gewährleistet ist, dass ich immer meine Verpflichtungen bezahlen kann, dass ich mir das wirklich locker erlauben kann, dann machen, aber nicht so, oh, oh, ich weiß nicht, was da kommt, dann lieber nochmal drüber nachdenken. Ja, dann schöne Grüße an Tobias in den Westerwald.